Zwei, eins, zwei, eins, zwei, jawohl! Die Musik und der Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 etwas über sie in die Mitte. Schau, was ich noch nicht aus kann? Ich habe das ein bisschen schaue ihn. Ich habe die Mitte auf dem Sack. Ich habe die Mitte. So wie ich das vorstellt? Ich habe das vorstellt, dass das hier nicht so gut geht. Ich habe das vorstellt, wenn ich das vorstellt. Du siehst jetzt. Komm essen! Ja. Komm nimmer her. Und was gibt's denn? Setz den aber schon sehr her. Geht's? Du brauchst eine schriftliche Einladung. Wer? Ich? Ach so. Es wird reichlich spät. Der Buch kommt immer zu spät ins Bett. Wann hast du denn Schule? Möcht keine Linsen. Opa hat die was gefragt. Der möcht keine Linsen. Ja, was gibt's denn so was? Bist du wahnsinnig? Du doch dieses Und hier. Was soll's? Das Essen ist schon seit einer Stunde fertig. Ja, es hat ja kein Mensch verlangt, dass sie auf mich waffe. Hätt's nur früher heimkommen. Er hat wieder neues Ehe gefunden. Und wenn der Bub mit Vollmark ins Bett geht, dann kann er nicht schlafen. Das Institut hat's festgestellt. Ja. Mach das Ding wieder aus. Er kommt vom römischen Tutzi-Ding. Jetzt wird's gegessen. Wir reichen unschwerren Fäden. Gleichzeitig. Mahlzeit. Ja, danke. E. N. N. E. E. Nun, wir wissen's jetzt besser als die amtlichen Schilder. Von Düsselingen nun zu Großstadtproblemen. Wir müssen Sie heute Abend warnen vor falschen 100-Mark-Scheinen. Sie wissen sicherlich, dass in den vergangenen Wochen im Bundesgebiet solche Falsifikate häufiger aufgetaucht sind. Bislang war Baden-Württemberg davon verschont geblieben. Aber nun sind Sie auch bei uns aufgetaucht. Und zwar in Karlsruhe, in Mannheim und in Heidelberg. Bei uns im Abendschaustudio ist heute Abend Kommissar Lutz vom Landeskriminalamt. Und zwar vom Falschgelddezernat. Herr Lutz, seit wann sind nun diese falschen Geldscheine auch bei uns im Umlauf? Seit drei Tagen. Und wie viele Scheine haben Sie schon sicherstellen können? Zwölf. Zwölf, das sind also 1200 Mark. Wie kann man nun als Laie diese falschen Geldscheine von den echten unterscheiden? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Ja. Die falschen 100-Mark-Scheine unterscheiden Sie. Das wäre ja nur schöner. Man sollte von Leuten in deinem Alter wirklich... Sie sind lappiger. Das Wasserzeichen ist in weiß gedruckt, also nicht im Papier enthalten. Dagegen ist die Druckqualität von ungewöhnlicher Güte dem Laien nicht sofort erkennbar. Das heißt, man kann sie also nur durchs Anfassen unterscheiden... Ja, im 100-Mark-Schein ist ja ein Sicherheitsstreifen eigentlich enthalten, hier bei diesen falschen nicht. Die Bedeckung ist ja nicht so gut. Der Bedeckung ist ja nicht so gut. Der Bedeckung ist ja nur wichtig. Der Bedeckung ist ja nur wichtig. Na ja. Ja, sofort. Wissen dran? Einen Moment ruhig, bitte. Gedruckter Streit. Ja. Wo werden diese falschen Scheine nun hauptsächlich an den Mann gebracht? Die Täter bevorzugen entweder abgelegene Plätze, um ihre Falsifikate an den Mann zu bringen, oder Konzentration. Während sie im ersten Falle damit rechnen, dass der Geschädigte, falls er das Falschgeld erkennt, niemand zur Hilfe rufen kann, so spekuliert der Täter im zweiten Falle darauf, im Gewühl der Menschen, also sagen wir, in einem Warenhaus zum Wochenende bei einer möglichen Entdeckung, besser untertauchen zu können. Und er spekuliert sicherlich auch darauf, dass es nicht gleich erkannt wird, weil der Kassierer keine Zeit hat, es zu prüfen. Eben, richtig lange. Herr Lutz, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unsere Warnung gebracht haben, meine Damen und Herren. Nein! Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so eilig ist. Ich bin gestern erst aus Frankfurt zurückgekommen. Ja, beruflich. Was denn, die sind schon fertig? Mir hat niemand was gesagt. Ja. Morgen früh? Am Tag? Aber das haben wir doch noch nie. Ja. Ohne Geld gibt er die doch nicht raus. Ja. Und wo? Platz vier, ja. Also schön, bis morgen früh. So ein arrogantes Schwein. Hey. Mich meckerst du die ganze Zeit an, nur weil du dir die Hosen nass machst, wenn der dich mal anruft. Halt dich da raus. Ich quatsch nicht von Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Ich melde mich irgendwann im Laufe des Tages. Ich wollte mal heute die Haare waschen. Mal, ich stehe die Haare. Liegt ganz gut aus. Ja, weil das sind diese Kanistige. Eckstein. Jetzt schnitt der Kanister schon wieder im Weg rum. Was für ein Kanister. Na, irgendwann fliegt der ganze Lahn hier in die Luft. Wollen Sie sagen, du fällst weg, wenn sie fertig sind. Wollen Sie zu mir? Nein, das ist doch nicht mir, sondern erst dem Chef. Wir kennen ihn doch. Also heute gibt mir jedenfalls den Rest. Haben Sie gestern die Abendschau gesehen? Ja, natürlich. Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe. Das war nicht abgesprochen. Auf die Klappe. Das ist doch nicht mein Bier. Vorletzten Mittwoch, 23 Uhr, liegen die Klischees planmäßig abholbereit. Wenn Ihre Nerven das nicht durchstehen, können Sie aussteigen. Was hat denn das mit meinen Nerven zu tun? Bringen Sie Ihnen die Dinger selbst? Weiß ich nicht mehr. Dann frisch von der Bundesbank. Schmack. 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 Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Übernehm doch bitte mal die Absperrung. Der Herr hier hat's gesehen. Ja, ja, sofort, sofort. Fertig, in den Eck rüber. War er der Autofahrer oder ist der Fußgänger? Nicht der Autofahrer, oder? Haben Sie ihn rausgezogen oder lag er schon am Boden, wie Sie gekommen sind? Machen Sie bitte die Straße frei und brennen Sie zurück auf den Gehweg. Ach, und Sie haben den Unfall gesehen? Ja. Darf ich Ihren Namen wissen? Ja, ich auch. Ich auch. Kein Mäntel? Ja. Kein Aktegucker. Danke. So, jetzt steigen Sie bitte ein und schieben den Wagen zurück. Pass es auf. Da ist nichts mehr hier zu machen. Komm, dass Sie da so gut schieben, dann mit zurück. So, auf geht's. Auf geht's. Handbremse auf. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, wie das gewesen ist. Ja. Das ist ein Kajat. Ich hab doch da drüben mein Geschäft, gell. Und da seh ich doch über den ganzen Platz. Ja. Drei Meter, meinst. Na, Kunde haben gerade ein paar Eier eingepackt, gell. Die hätte ja schier fallen lassen. Das hat ja einen solchen Krach gemacht. Die, die, die Bremsen da, gell. Das hat gequietcht und geschrien und dann hat's auch schon gebatcht, gell. Muss wieder mein Geschäft da drüben. Ihren Namen muss ich vorhin noch aufschreiben. Die haben den Unfall doch auch gesehen. Ja, schon vorher. Ich meine, ich sah das schon kommen. Ich war ja schon fast draußen, als die zusammenkrachten. Waren Sie auch da am Kiosk? Nein. Ich wollte nur... Ich kenne Herrn Jauch. Na, grüß Gott. Ja, und dann? In welchem Krankenhaus? Ja, der geht in Ordnung. Ja, der ist hier. Ja, oben. Na, Adelbergstraße. Alles gut. Das kann aber eine Stunde dauern. Selbstverständlich. Mach ich. Also erst der Wagen und dann die Wohnung. Okay. Der Koffer ist so ziemlich leer. Ein Paket Papiertaschentücher. Voll. Eine Stuttgarter Zeitung von gestern. Ein Stadtplan von Frankfurt. Na, bitte. Und diverse Prospekte. Im Telefonbuch, da steht nur ein Bernteuer drin. Aber der wohnt Adelbergstraße. Und der Führerschein? Aber der ist ja schon ein paar Jahre alt. Soll ich trotzdem anrufen? Was ist los? Auf dem Führerschein steht eine andere Adresse. Was steht denn auf der Zulassung? Adelbergstraße. Na, also. Ja, werde ich mal anrufen. Na bitte, war ja doch noch was. Ah, Druckplatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Stück. Was? Guck mal, was da drauf ist. Ich werde verrückt. Was? Oh, Mann. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sonst noch was? Ein Stuttgarter Stadtton, bitte. Ach Sie, haben Sie aber Glück gehabt. Ich wollte gerade schließen. Bitte. Was kostet denn der? 3,90 Mark. Gibt's was Neues? Inwiefern? Bei der EWG im Nahen Osten? Na ja, Sie wissen doch, was ich meine. Nö. Nö. Jetzt brauchen Sie schon einen Stabplan, um mich in der Gegend rum zu kutschieren. Ich fahre Sie nach Haus. Ich kann nur sagen, die Druckerei muss hier irgendwo in der Gegend sein. Wenn Ihnen der Fleiner nicht schmeckt, dann versuche Sie doch mal im Mausling. Das ist ein Felser. Wieso? Das ist doch gut. Ja, weil ich... Also ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir auch was überlegt. Ich habe mir überlegt, dass wir uns am Abend, also jedenfalls am Abend, mal über was anderes unterhalten können. Ich werde Sie sich auch über Ihren Beruf fragen. Warum? Aber das ist doch ein schöner Schritt nach vorn, wenn wir das wissen. Wir haben uns erst vorigen Mittwoch kennengelernt. Ich wohne gar nicht in Stuttgart. Ah, doch. Also auf geht's, auf geht's, wenn ich mir vorstelle, dass es in Stuttgart höchstens 100 Druckereien gibt. Wie lange wird es Sie brauchen, um die zu überprüfen? Na, es kommen nur zwei in Frage. Rundschneider und Gerstel. Ich kriege einen, ja? Sagten Sie, können wir mal hier ein bisschen Platz machen? Platz machen? Heu, 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 was ist denn jetzt los? Wir können ja wohl davon ausgehen, dass heuer eine so riskante Ladung nicht tagelang durch die Stadt fährt. Eben, der Heuer hat die Platte beim Hepp abgeholt und befand sich auf dem Weg zur Druckerei. Nur schade, dass er einen Unfall gehabt hat. Ja, glücklicherweise. Das heißt glücklich für uns, weniger für ihn. Also, wenn Sie sich den Stadtplan mal genau ansehen. Hier ist die Druckerei in Hässlach. Hässlach, wenn er sowas herr. Hässlach. Hier hat er die Platte abgeholt und zwar eine halbe Stunde vor dem Unfall. Woher wollen Sie das wissen? Na, wir haben den Zeitplan schnümmig genau. Ja, danke schön. Ich krieg noch ein Käsebrot, ja? Ja. Um 8.30 Uhr hat er seine Verlobte via Fritz-Elsa-Straße abgesetzt. Dann fuhr er zu Hepp und dort mit der... Wer sagt das? Die Leute bei Hepp, die dort arbeiten. Sie haben ihn gesehen. Die haben ihm ein Foto heuer vorgelegt. Also, das höre ich zum ersten Mal. Also, der Unfall war hier. Ja. Aber wo wollt ihr hin? Ja. Wild ist ziemlich groß. Angenommen, auf die Autobahn. Neu, 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 neu. Also losfahr ich hier in Hässlach. Und dann wäre er gleich nach Fahingen. Und... Moment mal, Moment mal, trinken Sie aus meinem Gas? Da Sie ja nachher sowieso bezahlen, ist es doch wurscht. Ja. Und wenn er hier nach Norden zu Hause Ludwigsburg... Ja. Sie gehen ja ganz schön ran. Finden Sie. Ja, dann wäre er gleich Ludwigsburg-Straße gefahren. Nein, 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 nein. Wer von hier kommt und da durchfährt, der will nach Berghain. Und den Berghain, da gibt es nur diese beiden Druckereien. Ulmschneider und Gerstl. Also, einer von den beiden ist dann unser großer Unbekannter. Der Mann, der die Fäden in der Hand hat. Und ruckisch wird sie an den Fingern. Greifen Sie gar nicht überall zu. Wir müssen die ganze Bande lahmreifen. Das schafft der Leid. Nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist was passiert? Ist was passiert? Was haben wir denn das hier gedacht? Meinen Sie, das geht? Und Text soll auch mit auf die Einladung? Ja, muss ja. Das geht schon? Was meinen Sie, was das kostet? Farbig, also so wie es da ist. Vierfass hoch. Wie viel Sie brauchen, weiß ich nicht. Wenn Sie damit auskommen. Mehr braucht man nie. Gelb, blau und rot. Das sind drei. Und schwarz natürlich. Machen kann man fast alles. Aber das wird nicht billig. In Ihrem Fall muss ich... Aber man kann eine Fotofarbe schicken. Ja, selbstverständlich. Alle vier Druckfarben werden in einem Arbeitsgang nass in nass gedruckt. Ach, und das machen Sie hier so? Nein. Dazu braucht man größere Maschinen. Aber im Prinzip kann man so was drucken. Können schon. Zeig Ihnen mal ein paar Muster. Das sind natürlich meistens Prospekte. Ja. Für private Zwecke. Ja. Gayet. Ja. Ja. Das war's für heute. Tun Sie mal langsamer. Aha. Fahren Sie da bei der Ausfahrt raus und oben bei der Brücke rüber. Da war denn sonst noch jemand auf dem Pfeilplatz? Nein, nein, niemand. Dann sind die hier rumgegangen und dann sind die da rausgegangen. Schaut mal, da hinten. Und da liegt der. Hier die 1 her. Und hier die 2. Und da drüben die 3. Und da drüben die 3. Und da drüben die 3. Aber es sollte mich wundern, wenn man den Mann nicht ertrosselt hat. Da? Die Druckspuren am Hals sind da ganz deutlich zu sehen. Aha. Die ist ja hier umgebracht worden. Schleifspuren haben wir keine gefunden. Irgendwas zur Identität? Nichts. Keine Papiere. Gar nichts. Hier sogar die Etiketten aus dem Anzug sind rausgeschnitten. Pass mal gleich Fingerabdrücke. Ja. Also dann machen wir Fingerabdrücke. Moment. Der steht doch im Bundeskriminalplatz. LK Stuttgart. Das würde den Lutz interessieren. Ja. Zwei Tote. Mhm. Um den Neuer ist es wirklich schade. Sehr human gedacht von Ihnen, aber... Na ja. Hätte uns was erzählen können. Vielleicht. Ach so. Na ja. Hebt doch auch. Schon ziemlich zum Kotzen das Ganze. Also. Nee. Auch nichts. Ja. Und Ihnen sind die Namen Ulmschneider und Gerstl auch nie begegnet? Ja. Ulmschneider mal. Aber in einem anderen Zusammenhang. Der hat nämlich mal eine lange Zeitung durch so auffällige Stellenanzeigen in den Stuttgarter Nachrichten gehabt. Aber sonst? Kontakt von Druckerei zu Druckerei? Ich hab die Namen nie gehört. Auch nicht mehr im Gespräch. Am Telefon durch Ihren verstorbenen Chef. Und auch in den Tagen kurz bevor das passierte, ist Ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Ja. Da war ich ja im Urlaub. Ich hatte ja noch zehn Tage zu kriegen vom vorigen Jahr. Ja. Vielen Dank. Und noch mal Ihre frühe Tätigkeit. Sie haben hier hauptsächlich in der Chemie-Grafie gearbeitet. Ja, natürlich, solange die noch im Betrieb war. Fast 20 Jahre lang. Hat sich seitdem die Technik eigentlich verändert? Das weiß ich doch nicht. Ich hab doch nie mehr im modernen Betrieb gearbeitet. Aber Sie könnten doch heute noch Trichés herstellen, oder verdammt man sowas? Ich weiß, wie es gemacht wird. Aber manche Sachen, die können ich euch nicht mehr wissen. Dazu braucht man eine ruhige Hand. Und ich bin, schauen Sie hin, früher, da war meine Hand so ruhig. Und manche müssen ja schon mit 40 Jahren aufhören. Warum fragen Sie? Für einen Außenstehenden ist es eben schwer, sich das richtig vorzustellen, wie das so ist. Das sind ja technische Probleme. Ja, ja, ja. Und da möchten Sie nun wissen, ob ich möglicherweise noch was gemacht habe. Was? Na ja, Sie sind doch in irgendetwas her. Sie waren ja damals schon scharf auf die Chemie-Grafie. So, war ich da? Ja. Der Tote ist vermutlich in den Abendstunden des Montags aus seiner Druckerei in Stuttgart entführt und offenbar kurz danach ermordet worden. Die Kriminalpolizei bittet um ihre Mitarbeit. Wir möchten alle Autofahrer, die in der Nacht zum 7. April oder am 7. April diesen Mann gesehen haben oder an diesem Parkplatz gehalten und dort Personen oder andere Kraftfahrzeuge gesehen haben, dringend bitten, sich umgehend mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen oder sich direkt bei der Kriminalpolizei München oder Stuttgart zu melden. Jeder, der dort gehalten hat, kann wichtige Informationen liefern, die zur Aufklärung der Tat beitragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen. Ist das nicht entsetzlich? Das hat es doch früher nicht gegeben. Jedenfalls würde früher keiner wegen Falschgeld richtig umbraten. Ich kenne ihn ja nicht so gut, aber wenn man so miterlebt, wie einer überhaupt auf diese Weise sterben muss, schrecklich. Ich werde heute sicher nicht schlafen können. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls muss man alles tun, um solche brutalen Verbrecher zu erwischen. Ich meine, Falschgeld machen, schön und gut, das kann man notfalls, nicht notfalls, aber einen Menschen einfach umbringen. Ich nehme ihn. Das war's für heute. Vielen Dank. Kerstl fällt aus, Ulmschneider fällt aus. Der war ja gar nicht verdächtig. Was? Nicht verdächtig? Das habe ich aber noch ganz anders im Ohr. Sieh, da klingt es noch ganz deutlich. Einer von den beiden ist unser Mann. Ulmschneider oder Kerstl, das war doch Ihre Worte. Weil ich sicher war, dass... Sie sind seit Tagen sicher. Von Ihnen höre ich überhaupt nichts anderes als, jetzt haben wir die Jungs noch einen Schritt, dann haben wir sie am Schlafittchen, jetzt müssen wir nur noch den Heuer vernehmen, und dann fliegt die ganze Bande auf. Aber der Heuer, der scheißt Ihnen was. Und der ist immerhin gestorben. Dann ist das vielleicht eine Entschuldigung. Sollte Sie jemals wieder den Wunsch haben, nach Friedrichshafen zurückversetzt zu werden, können Sie sich auf meine Unterstützung festverlassen. Ich hole Sie einen Kaffee. Nein! Aber ich... Nein! Mit welchem Sack also wollte ich Sie jetzt gehen? Das... Es muss eine dritte Druckerei in Bergheim geben. Lass Sie mich doch mit dieser schwarzsinnige Theorie jetzt reden. Doch! Vielleicht bringt Sie das wieder auf den Teppich. Am Fundort der Leiche Hepp habe zwei Fernfahrer eine Taxe aus Stuttgart gesehen. Die sollte Sie doch noch ermitteln können, auch wenn Ihnen diese Aufgabe zu profan erscheint. In der Nacht vom 6. zum 7. Na und, hat das was zu bedeuten? Jetzt sagen Sie bloß noch, dass der Hepp in der Nacht noch am Leben war. Abends auf alle Fälle. Nachts weiß ich nicht. Sonst noch was? Ringen Sie mir die Leute, die in dieser Taxe gesessen haben. Bei der Vernehmung möchte ich dabei sein. Sie sind Alfons Wild, ne? Kriminalpolizei. Was? Finger weg, Finger weg, Finger weg. So, bitte die andere Hand, Herr Wiesner. Du, äh, warte mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich darf nicht mit Fremden reden. Ja, nein, ich möchte mich auch nicht mit dir unterhalten. Aber ich bin in Verlegeheit mit der 14er, kommt meine Tochter und die braucht Geld und die muss wechseln lassen. Das kann ich doch noch nicht weg. Jetzt, wenn du mir den Fallen tätsch und tätsch einen 100-Mark-Schein wechseln, also 10, 10-Mark-Schein. Die schenkt dir auch zwei Mark, also doch bitte nicht so. So, da. Und Sie bleiben hier? Ja, natürlich, ich muss ja. Aber dass du wiederkommst. Das ist doch klar. Ja. Können Sie mir bitte sagen, ob wir hier Geld wechseln können? Ja, am ersten Schalterrecht. Danke. Haben Sie mir das in den Zimmer gewechselt? Wo hast du denn her? Hat mir der Trassenmann gegeben. Geh du voraus, er braucht uns ja nicht zusammen 10. Jetzt hören Sie mal zu, Wildner. Ich bin ein alter Fuhrmann. Sie wollen mir doch nicht verzehnen. Ich sage Ihnen, wie es war. Da kamen eben die beiden Männer an und wollten partout nach München. Da darf ich ja nicht mal ablehnen. Ich muss fahren. Dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Herr Lutz kommt gleich. Was heißt gleich? Ich habe es ihm nicht gesagt, dass ich ihn sofort hier sehe will. Ja, gleich halt. Gleich halt, ja, ja. Immer gleich halt. Und mit wem sind Sie zurückgefahren? Wieso? Na, ich meine, sind Sie allein zurückgefahren oder haben Sie wieder Fahrgäste gehabt? Nein. War es nein? Entweder oder? Ich bin allein zurückgefahren. Ach. Und was würde Sie sagen, wenn ich Ihnen Zeuge bringe, die Sie gesehen haben, Richtung Stuttgart, aber nicht allein? Sie müssen sich eben täuschen. Bleibt denn der Lutz? Herr Lutz! Wir haben aber auch Zeugen, die sich nicht täuschen können. Die möchte ich mal sehen. Ja, ja. Das sind unsere stumme Zeuge. Was glauben Sie, was im Moment mit Ihrer Taxi passiert? Inwiefern? Na, was meinen Sie, was unser Erkennungsdienst da alles rausfinden kann? Ein Krümel Sandel und wir wissen, wo Sie gefahren sind. Aha. Und wir wissen, wie der Mensch ausgesehen hat, der es auf dem Kopf gehabt hat. Und Blut beispielsweise. Reste, die Sie nicht einmal mehr mit dem Mikroskop erkennen würden. Wir finden Sie. Darüber sollten Sie mal nachdenken. So, und Sie nehmen mal den Herrn auf Ihre bewährte Art in die, gell? Ja. Wo ist der Lutz? In seinem Zimmer. In seinem Zimmer. Würdest du den Onkel denn wiedererkennen? Vielleicht. Aber dieser fremde Mann hat dich zur Bank rüber geschickt. Ja. Er hat nicht gesagt, geh mal irgendwo hin und wechsel den Schein. Er hat gesagt, geh rüber zur Bank. Er hat mir ja die Bank gezeigt. Sie sind jetzt total übergeschnappt. Hat Ihnen der Glöckle nicht gesagt, dass... Doch, ich weiß, aber dieser junge Mann ist wichtiger. Weißt du das mit dem falschen Untermalchen? Ja. So. Und würden Sie so freundlich sein und mir erklären, warum der Bur wichtiger ist als einer von den Täter? Der Schein hier ist von Ihrem Stuttgarter Komiker. Statt einer siebenstelligen Seriennummer hat er eine sechsstellige. Na und? Sag doch dem Opa mal, was der fremde Mann gesagt hat, wo du den Schein wechseln sollst. Das habe ich doch schon gesagt. Er hat mir die Bank gezeigt und hat gesagt, dass er soll ich ihn gehen und ihn wechseln. So. Ist das alles? Komm. Frau Metzger, gehen Sie doch mal rüber mit unserem jungen Freund in die Kantine. Er möchte sicherlich noch ein Stückchen Kuchen essen. Der Lutz macht mich noch wahnsinnig. Der Junge wurde zur Bank geschickt, um den Schein zu wechseln. Fällt Ihnen da nichts auf? Das war bloß ein ungewöhnlicher Platz, um Falschgeld in den Verkehr zu bringen. Weil der Schein dort mit Sicherheit als Blüte erkannt wird. Oh, das kann ja auch Absicht sein. Absicht, Absicht. Würden Sie es vielleicht fertig kriegen, sich hier mal ein paar Minuten hinzusetzen? Und nicht wie ein... Na ja. Also, folgende Hypothese. Wir wissen, dass in Stuttgart ein leicht skurriler Mensch Falsches Geld in Umlauf bringt. Nicht viel, aber vermutlich gerade immer so viel, um die Unkosten zu decken, die ihm durch die Herstellung der Scheine entstehen. Dieser Mann, der ja, wie Sie wissen, nicht ohne Humor ist, weiß vielleicht aufgrund irgendeines Umstandes, wer hinter der großen Bande steckt. Er will es uns mitteilen. Na, dann kann er doch anrufen oder einen Brief schreiben. Von mir aus anonym. Nicht unbedingt. Wenn ich mir seine Persönlichkeit mit ein bisschen Fantasie vorstelle, dann ist es absolut möglich, dass er uns auf diese ungewöhnliche Art informiert wird. Und, da der Text in Ordnung ist, nicht wie sonst bei ihm, kann nur die Seriennummer Bedeutung haben. Ja, vielleicht ist es ein Code, hm? Eins ist A, zwei ist B, drei ist C und so weiter und so weiter. Darf ich mal? Bitteschön. Sie wollen sich da hoffentlich nichts zu essen bestellen. Oder glauben Sie vielleicht, das ist eine Telefonnummer? Das ist gut. Was? Verzeihung, falsch verbunden. Und wie falsch. Ganz unheimlich falsch. Naja, es hätte ja sein können. Ich dachte wirklich, dass es eine Telefonnummer ist. Kann ja auch. Muss ja nicht Stuttgart sein. Hä? Ich gehe dir heute, ich rindfähig. Wie kann man da so bescheuert sein? Wer hat sich den Tag meldet? Die dritte Druckerei. In Berkka. Musik Ja Ja Mach mich doch verdächtig Na ja, so gut 20 Minuten brauch ich 8 Minuten 8 Sekunden tay أي Kaffee Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.